Servus Leute, wir sind wieder zurück bei D-Set. Der Guten ist hinter uns, vor uns, herumlegend, keine Ahnung. Da steht wieder ein Zombie. Wo? Ein Zombie. Wo? Direkt bebrieft. Seh ich gerade, ja. Jetzt schauen wir mal da so ein Gebüsch hin, ob man da... Ja, ist wurscht. Hast du was zum Essen da, oder? Nee. Vielleicht braucht bald was. Ja, bei mir sieht's ähnlich aus. Schade, dass man nicht Angel gehen kann, oder so irgendwas. Na super, in der Dreckslocken müssen wir jetzt durchlaufen. Ja, ich hab eh Military Boots, da schwebt man da. Ich hab nur Wanderstiefel. Was ist die Stiefeln? Ja, gut. Krummelstiefeln, ja. Dann wäre ich ein Vorteil, oder? Ja, sicher, du kannst keine Nasen und Füße kriegen, sicher. Ja, ich weiß nicht, ob die das eingebaut haben. Oh ja, das ist ein Botschaum. Das weiß ich. Du kannst jetzt nämlich auf deine Schuhe draufklicken, halt mit dem Mosover-Effekt, und da steht dann Dampf dabei. Also ausdrucken, oder was? Nein, nein, Dampf, du durchnässt. Wenn du jetzt bei deinen Schuhen drüber gehst. Boah, ich hoffe, dass es da jetzt irgendwas gibt, ein bisschen, was zum Essen. Ich glaub, hier gibt's PvP. Wirklich? Meine Vermutung, ja. Ja, aber wir sind besser ausgestattet, wahrscheinlich. Ja, du. Ich hab eigentlich da nichts. Wenn du einen hörst, dann... Ich bin jetzt reingelaufen. Front oder Heck, ja. Keine Ahnung, was Front und was Heck ist. Heck ist da... Ich renn dorthin, wo es um Kapitän Singsbums geht. Da ist Feuerholz, da sind sieben Stück liegen. Ich weiß nicht, ob man das schon braucht jetzt. Es könnte nämlich auch sein, dass das jetzt einbaut ist. Also, ich geh jetzt die Treppe in der... in den Muck hoch, also vorne. Was heißt vorne? Beim Käpt'n oder beim... Na. Ich beim Käpt'n, in der anderen Ecke. Ja. Der Käpt'n sind bei der Hüte. I am beim Käpt'n. Schauen wir mal, ob der Käpt'n noch lebt. So ein Sack wäre da. Bin ich auch schon mal gestorben. Ja, ich auch schon. Gleich zweimal. Ich weiß auch gar nicht, ob sie sich bringt, dass man da jede Kajüte durchschaut. Ob es da wirklich was spawnt drin und teilweise. Wenn man doch irgendwas macht, dann wird der Gegenstand übrigens jetzt mal ein bisschen weiter weggeschmissen. Und nicht mehr genau da, wo man gestanden hat. Okay. Das war ja vorher mal so. Das sind... Racks liegen da herum. Ich würde mich wundern, wenn das... Da wäre eine Wasserflasche, aber... Was ist? Ich bin... Ich bin gefallen. Aber ich habe nichts gebrochen. Komplett runter. Ja, das haben sie jetzt anbastet ein bisschen. Aber das waren bestimmt 10 Meter. Da hätte ich was... Hätte ich... Also wenn ich bei ihr einen Sprung bis jetzt in KZ... Vielleicht hätte ich die KZ erben können in echt. Dann bei... Okay. Das war echt krass. Bin ganz... Ganz von oben. Ganz runter diesen... Ja, aber... Diesen Bunker da. Okay. Ja, du hast aber schon Military Reboot. Und das sind ja angeblich die Besten. Jetzt. Eine Blue Jacket. Meinst du, die ist besser als meine Tactical? Würde ich nicht sagen. Weil ich komme nicht mehr davon, wie du aussehen möchtest. Da ist gar nichts in den ganzen Kajüten. Die sind alle leer komplett. Ich glaube, in den Kajüten habe ich noch nie was gefunden. Weiß nicht, ob es dir überhaupt Loot gibt. Soll ich irgendwas an Medizin mitnehmen? Hier liegt ein First-Ele-Quiz. Kannst du nicht das Ganze? Ne. So fehlen werden Tablets habe ich nicht. Keine Ahnung, ob man bandagen, wäre nicht schlecht. Ne, da ist eine Waffe, eine Shotgun. Äh, direkt beim Steuerrad, Ruder. Kommst du daher? Okay. Nachher? Ja, klar. Ich habe ein Bloodpack und ein Starter-Kit. Da oben ist sogar Shotgun Muni. Geil. Kann ich mir dann gleich fallen. Ich überlege mir jetzt gerade, ob ich das schon mitnehmen soll. Kommst du rüber, oder? Ja. Ich mache das jetzt so. Ich schaue ein bisschen auf der Küste. Nicht, dass wer reinkommt. Ich decke ein bisschen halt. Wenn du herkommst, sagst du nachher Bescheid. Ja. Kleiner Grafikpark da vorne. Ah, das Wasser schaut so genial aus auf Bayern. Soll ich auch mal so cool wie du versuchen, da rüber zu springen? Ja, bitte mach es. Aber du kannst eher 50 Kilometer in der Höhe stürzen und dir passiert nichts. Ja, anscheinend schon. Ich bin jetzt gerade mitten auf dem Schiff, auf dieser Hauptbrücke. Ja, du musst aber unten durch, sonst kommst du gleich nicht her. Ja, aber hier habe ich noch zwei Sachen gefunden. Eine Mineralwasserflasche, genau. Ja, da ist da auch eine. Die sind auch neu, dazukommen. Mineralwasserflasche? Naja, es ist so eine kleinere Flasche, ist bei mir da herüben gelegen. Ja, ich habe jetzt die normale. Okay. Sogar Impostin. Na, da kannst du was einbilden drauf. So, ich sehe keinen kommen halt, derweil. Ich weiß nicht, ob wir zum Earthstrip gehen sollen. Oder doch gleich in die neue Stadt. Halt auch rauf nach Svetlowska oder wie das heißt. Also, ich würde fast sagen, direkt in die neue Stadt, weil wir brauchen eher Nahrung und sowas als Waffen. Und Waffen, okay. Das Einzige, womit wir uns so wirklich gut weiterentwickeln können, wäre eine M4. Und die ist selten eigentlich. Ja, SKS ist auch besser. Oder Mosin hätte ich auch lieber. Die hat natürlich richtig Output. Ja, ja. Du hast halt zwei Schüsse, ne? So, wo bist denn du jetzt? Ich renne grad hoch. Passt. Ey, ist ein Zombie im Schiff jetzt hier rinnen? Ich weiß nicht, ich habe grad aber auch einen Schrei gehört. Ich bin direkt beim Steuerrad. Also, ich bin, müsste jetzt ziemlich genau unter dir sein. Ich schaue noch schön neben am Strand, dass da nicht wer kommt. Hast du die ganzen Kabinen unten durchsucht, unter dem Steuerrad? Ja, ich bin durchgegangen, aber da ist nie was drinnen gewesen. Ich bin durchgegangen, aber da ist nie was drinnen gewesen. Ich bin extrem, wie mir der Hangwell. Halt, ich muss, wir müssen uns behalten. Ja. Bist du da? Ich laufe gerade die Treppe, glaube ich, hoch. Da müsste jetzt gleich das... Ja. Okay. Da ist die... Da. Shotgun. Dann komm mit. Die Stiegen hinauf da. Da liegt die Mone. Okay, und da oben. Ich sehe dich gerade wieder nicht. Jetzt kommst du jetzt über die Stiegen rauf. Da gehen immer zwei Schüsse rein. Ja. Passt, dann können wir runter, oder? Ich bin gerade damp. Damp. Ja, ja, das ist vom... vom Schmutz unten halt, vom Wasser gehen. Ich überlege jetzt gerade, wie man da runterkommt. Nein, 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 nein. Okay. Nein, ich bin nicht gestorben, aber ich bin da über die Leiter runtergeflogen. Aber man hat es zumindest grau angezeigt halt. Das kann sein, dass du dir was gebrochen hast. Nein, ich kann ganz normal gehen. Okay. Ist du gerade was? Nee. Ich habe gerade wie im ersten gehört. Ich auch. Shotgun, ziehen. Ja. Sofort. Aber ich weiß nicht, von wo das war. Ich glaube, du hast eine Kabine. Glaubst? Ja. Ich glaube, es ist von weit da unten. Wo bist du? Ich bin... Irgendwo in so ein Loch reingegangen. Ich bin jetzt bei den Kabinen da irgendwo in einem Stockwerk. Ich bin jetzt ganz im Heck vom Schiff, also noch hinter der Kabine. Ich habe wieder jemanden essen gehabt. Nein, nein, ich habe gerade was kombiniert. Warst du sicher was essen oder was kombinieren? Ja, es ist gerade kombinieren gewesen. Ich habe gerade... So eine Modition oder sowas vielleicht auch. Naja, so ein Klingen habe ich gerade gehabt. Das habe ich gerade gemacht. Ich habe dich eh gesehen. Ich gehe jetzt hier in der Leiter runter. Ich müsste jetzt... In den Kamel da war ich noch gar nicht. Die sehe ich jetzt gerade das erste Mal, wo die ganzen Betten da herinnen sind. Da war ich noch nie. Ich gehe jetzt gerade auch unter Deck, also... Was hast du auf? Oder was hast du an? Ähm, hier den Tactical Shirt. Okay. Ja, irgendwas auffälligeres. Ähm, Shotgun in der Hand. Okay, ich habe den blauen Helm. Und ich habe einen Schulterhalfter oben. Ja, den habe ich auch oben. Ja, aber trotzdem, das kann ja schon mal Teil der Beschreibung sein. Ja, ja. Da hinten, ich habe dich gesehen. Ja, ne? Siehst du mich? Ja, jetzt gerade hergeglitscht. Da ist eh, glaube ich, nichts. Ich glaube, da war auch keiner. Aber andererseits kann man sich hier auch richtig gut verfehlen. Ich würde sagen, gehen wir runter, oder? Und gehen wir weiter, weil... Oh, meine sagt schon Violently. Oh, fuck. Hast du irgendwas zum Essen? Nee. Gar nichts, oder? Habe ich nicht. Ich würde es dir gehen. So, jetzt habe ich mich da irgendwo verlaufen. Auch noch. Ach Gott, ich hasse das Schiff. Wie kommt man da raus? Äh, du musst ganz zum Mütter des Schiffes hin. Und dann halt etwas höher. Wir waren jetzt ziemlich weit unten. Ja, ich bin jetzt da... Ach Gott. Wie komme ich da runter? Ich bin jetzt schon wieder oben am Deck. Ja, ist doch wunderbar. Ach so, ich weiß schon. Ja, stimmt schon. Habe es schon ungefähr, glaube ich. Ich bin jetzt fast draus. Ich müsste auch gleich draußen sein. Ich sehe dich schon. Du warst gerade unter mir. Ich komme jetzt raus. I'm starving, sagt meiner schon. Wieder mal. Das... Das Problem ist, wir brauchen einfach jetzt Essen. Ja. Wir rennen auch... Ich werde jetzt die Waffe einziehen und wir rennen rauf, oder? Wo bist denn du hingelaufen? Ich bin jetzt hier erstmal nur die Aufmerksamkeit. Da hinten sitzt du. Ich sehe dich nicht. Ich laufe in deine Richtung. Ah, hab ich schon, hab ich schon. Ich gebe die Waffe weg. Da rennen wir rauf. Ich renne mal gleich weiter, weil sonst... Wir müssen da jetzt... Ach Gott, das ist wieder ein Berg. Am hoch und... die Bienen. Ja, haha. Ich sage ja, das ist ein Berg. Ich renne jetzt eh schon quer, dass ich ein bisschen schneller bin. Ah, Serpentin. Serpentin. Ups, jetzt geht es auch mal vorwärts. Ich hoffe, dass wir jetzt da oben in der Stadthofen irgendwas finden. Zum Essen. Ich weiß auch nicht, wie weit das jetzt noch ist. Ja, es ist schon ein Stück. Zwei Minuten zu laufen, circa. Zwei, drei Minuten. Wenn du die Stadthofen in der Stadthofen hast, weil Violently ist hart. Ich könnte einen Blut abzapfen und dir das geben. Das wäre sonst... Nein, aber wenn es eine falsche Blutgruppe ist, sterbe ich. Ja. Aber bei Violently... Nein, ich bin ja noch nicht ein Starving. Ich bin noch nicht. Hat nur gerade geschrieben Violently. als wirst du auch bald sein schätze ich wieso kann ich nicht du gehst du so ganz einfach hoch okay bin ich gerade am wächst schon die stadt oder ja das ist sie schon oder das ist weiter wir hätten auf die bahnschiene gehen sollen das ist besser wieso rennt man da denn eine bergab ja drei vier minuten sind das hoffe ich dass du das überlebst ja ich glaube schon locker passen tut das auf jeden fall nicht vor allem wenn wir da sind dann ist es ja nicht getan ja dann müssen wir uns zum essen finden was rennen wir an der füste ich sehe dich eh ich hätte gerne mal wieder richtig blut na ich habe noch schöne farben wenn ich doof bin kannst du mir ja was abzapfen geht das dann noch weiß nicht keine ahnung wo ich freue mich schon so wenn man jagen gehen kann ja ich bin jetzt über zurückgesetzt worden wieder mal so wir sehen die nächste stadt aus dem nächsten part und dann hoffentlich noch am leben tschau leute tschau